Warte, muss ich Musik aufmachen. So, jetzt sind wir in Leonberg. Jetzt muss er noch einparken. Fährst du nicht bis ganz hinten. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Hältst du jetzt an, sonst komm ich mit dem Kabel da nicht durch. So, mein Kumpel hier. Guck, das erste Mal. Guck, sind wir jetzt an einem Supercharger. Schau, jetzt steht hier, Akku schwach. Wenn du jetzt gehst, musst du laden. Dann kannst du auf OK drücken, kein Problem. So, jetzt steigen wir mal aus. Zeige ich dir das, weil wir brauchen hier einen Adapter. Oh, ja. Ich weiß es nicht, oder? Das wird bloß über die Straße. Ja, mir soll es egal sein. Pass auf, ich zeige dir das mal. Juppala. So, das sind jetzt die neuen Stecker. Die hat er nicht. Da brauchen wir jetzt einen Adapter für. Oh mein, das braucht uns einen ganz taub. So, pass auf. So. Dann ist der Adapter. Jetzt drückst du einfach hier. Du kannst jetzt auf den Knopf drücken. Dann macht er die Klappe auf. Dann steckst du den einfach ein. Genau. Und dann nimmst du den raus. Genau. Einfach rein. Das war's. Mehr brauchst du nicht machen. Jetzt dauert das ein bisschen. Geht jetzt von blau auf grün. Guck und jetzt lädt er. Jetzt kannst du gucken, wie schnell er lädt. So. So. Steht hier 35 Minuten zum Weiterfahren. Brauchen wir aber nicht. Jo. Und war schwer? Ne, ne. War ganz simpel.